Nein. Warte mal auf welcher Seite. Ich hab die falsche Tasse. Ich hab die falsche Tasse. Chaos. Du hast wieder gewechselt. Ein gutes, altes, kompromissloses Deathmatch. Dann mal im falschen Spiel. Ich dachte, ich hab grad einen Scharfschützengeweh in der Hand. Warte mal. Got her. Geht das nicht. Das war's für heute. Wir sind gerade über die Panzerbrücke Ich nicht Ah fuck off Wie es aussieht Du legst in Führung Da jetzt sieht er mich auf einmal Ich bin gerade über die Panzerbrücke Die Panzerbrücke Die Panzerbrücke Was war das jetzt Umgehauen Ich hab dich aber zuerst getroffen Ich weiß nicht, wollen wir jetzt würfeln oder was Fuck, hänger echt Du legst nicht mehr in Führung Ah, ich sitze da hinten, josh Ahem, 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 ahem Ahem, 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 ah Bist jetzt na ha ha Ja, schütze ich! Ja, schütze ich! Ist es hier? Ja, schütze ich! Noch fünf Kills! Ey, Wurst! Spawnschutz gibt's jetzt nicht, oder was? Weiß ich nicht, eigentlich schon. Nein. Egal, es ist egal, ja auch. Weißt du, im Krieg geht's darum, nicht zu verlieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ich hab da so einen kleinen Verdacht. Verdacht? Kleinen Moment, mal gucken. Nein, nicht einmal, er war um fünf voraus. Ne, ich dachte, ich hab nämlich, genau wo er geschlagen hat, hat ich meinen letzten Schuss gemacht, und ich dachte, es wäre vielleicht um eins Unterschied. Schütze! Schütze! Schütze!